hallo und herzlich willkommen zum podcast heile deinen körper und deine seele der podcast der dabei hilft den kampf mit deinem körper zu beenden mein name ist jackie freitag und nachdem ich selber 13 jahre mit diesem thema gekämpft habe freue ich mich heute so sehr dieses thema mit detail zu dürfen und daher wünsche ich dir jetzt erstmal ganz ganz viel freude bei dieser folge hallo und einen wunderschönen sonntag wünsche ich dir und ja zuallererst freue ich mich dass ich mal wieder eine solo folge mache und ich möchte in dieser folge mit dir über die fitnessindustrie sprechen und generell über den fitness lifestyle und ich werde in dieser folge mal die ganze wahrheit darüber erzählen weil es ist einfach wichtig dass wir aufhören falschen zielen hinterher zu rennen oder falschen idealen und ja deswegen werde ich in dieser folge mal richtig auspacken bevor ich das aber mache möchte ich dich an dieser stelle noch mal von ganzem herzen zu emotion food einladen emotion food ist meine dreitägige masterclass die findet wieder am dritten zehnten statt und die ist komplett kostenfrei und wir werden in diesen drei tagen ganz ganz intensiv genau mit diesen themen arbeiten das heißt warum befindest du dich momentan eigentlich in einem kampf gegen deinen körper oder gegen das essen warum hast du überhaupt ein angespanntes verhältnis zum essen und ich werde dir hier natürlich auch schon ganz ganz viel mitgeben wie du das ganze lösen kannst für dich und das ganze kann ich schon mal sagen wird sehr emotional werden weil wir nicht nur kognitiv arbeiten mir ist es immer ganz wichtig dass wir auch aus der verstandesebene herauskommen weil es ist wichtig das ganze zu verstehen das bewusstsein dafür zu haben aber die wirklichen veränderungen finden eben emotional und unterbewusst statt und dementsprechend werden wir auch direkt emotional arbeiten das heißt in diesen drei tagen finden wirklich durchbrüche statt also es ist ja nicht das erste mal dass ich emotion food gebe und die rezensionen von den letzten malen ist einfach die sind einfach unglaublich also es ist so verrückt eigentlich was in drei tagen passieren kann wenn wir erstmal die augen dafür öffnen was der wirklich richtige weg ist um frieden zu finden und ja deswegen wie gesagt das ganze ist kostenfrei also du kannst nur 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 gewinnen ich stelle dir den link zur anmeldung unten in die show notes und freue mich sehr auf ganz intensive tage mit dir mit euch genau aber jetzt möchte ich sehr sehr gerne mit dir über das thema fitness lifestyle reden ja weil wahrscheinlich weißt du es wenn du hier diesen podcast hörst oder mich vielleicht auf anderen kanälen verfolgst dass ich teil dieser ganzen szene war und deswegen natürlich auch weiß was eigentlich da genau passiert und warum eben diese fitness industrie oder generell auch der fitness lifestyle einen in der essstörung gefangen hält aber das sehen wir halt ganz häufig leider nicht ganz kurz zu mir falls du es nicht weißt ich selbst war mal komplett im fitness waren ja ich war dem fitness waren verfallen ich habe fünf bis sechs mal die woche sport gemacht manchmal sogar sieben mal das sehr sehr verbissen also wenn mein training nicht gut lief oder ich konnte nicht zum training aus welchem grund auch immer habe ich mich schlecht gefühlt ich bin über meine bedürfnisse gegangen ich habe meinen körper ausgereizt bis zum geht nicht mehr ich habe alles abgewogen mein ganzer tag hat sich um meinen körper gedreht um das thema essen ich habe alles kontrolliert alles getrackt ich habe alle möglichen ersatzprodukte zu mir genommen mir alles mögliche verboten und bin dann schließlich auch als bikiniathletin auf die bühne gegangen ja also ich habe im prinzip einmal dieses gesamte paket mitgenommen und ich war einfach sehr sehr stark in der fitness szene auch etabliert ja das heißt ich kenne diese szene einfach sehr sehr gut sehr ja ich kenne sie in und auswendig ich kenne sehr viele menschen aus der fitness szene und ja wie gesagt ich möchte einfach in dieser folge ganz viel bewusst sein über diese szene vermitteln und ich kann an dieser stelle auf jeden fall schon mal sagen dass es nicht erstrebenswert ist diese ziele die wir denken häufig erreichen zu wollen wirklich zu erreichen das wird häufig als etwas ganz ganz tolles hingestellt aber das ist es nicht und deswegen ist es einfach an der zeit dass wir anfangen neues bewusst sein dafür zu schaffen was sich eben wirklich abspielt und nur so haben wir dann natürlich auch die möglichkeit zurück zu unserer wirklichen intuition zu finden und eben die verbindung zu unserem körper wieder aufzubauen weil in dieser zeit obwohl es nach außen hin erstmal so wirkt als wäre mir mein körper wichtig gewesen war es eigentlich genau umgekehrt also ich habe ich stand in einem kompletten kampf mit meinem körper ich habe meinem körper nichts gutes getan auch wenn nach außen hin ich tatsächlich zu dieser zeit gedacht habe dass es doch gesünder ist als vieles andere aber ja es hat nicht viel damit zu tun wie gesagt mehr dazu jetzt in dieser folge ich möchte dazu drei sehr wichtige punkte mit dir teilen die mir aber wie gesagt früher selbst überhaupt gar nicht bewusst waren und deswegen würde ich erstmal sagen ich wünsche dir ganz ganz viel freude bei dieser folge und wenn du in dieser folge etwas für dich mitnehmen kannst ja dann schreib mir gerne ich bin immer total dankbar zu hören ja wie hat dir die folge gefallen wie gefallen die inhalte hat das was mit dir gemacht ja deswegen schreib mir sehr sehr gerne was diese folge mit dir gemacht hat genau fangen wir mal mit dem ersten punkt an also und der ist direkt natürlich sehr 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 wichtig zu verstehen und zwar der fitness lifestyle ist nicht die lösung für dein essensthema sondern ist eine verlagerung einer essstörung und hierzu möchte ich einfach sagen ich beobachte das ganze natürlich auch schon lange ja ich war selbst essgestört und bin selbst diesen weg gegangen und ich bin selbst über bulimie über tägliche essanfälle fressanfälle in den fitness lifestyle gerutscht und habe gedacht über diesen weg ja heilung zu erfahren um eine essstörung in den griff zu bekommen und heute gucke ich mir das ganze bei social media häufig an und sehe dass eben viele genau das nach draußen transportieren ja dass sie ihre magersucht ihre bulimie durch den fitness lifestyle geheilt haben und dann zeigen sie natürlich auch wie der neue lifestyle ihnen geholfen hat die fressattacken beispielsweise oder generell den ständigen heißhunger irgendwie in den griff zu kriegen ganz häufig benutzen sie wie auch ich ganz viele ersatzprodukte also sie ersetzen zucker durch süßstoffe zum beispiel tracken alles kontrollieren alles machen jeden tag sport ähm ernähren sich von ganz viel künstlichen dingen ja egal von künstlichen protein regeln shakes etc und sind wirklich davon überzeugt dass sie diese lösung gefunden haben für ihr essensthema ja und das jetzt ohne diesen heftigen verzicht ähm jetzt dass sie dadurch sogar abnehmen können indem sie eben so leben wie sie es tun und ich möchte an dieser stelle sagen dass ich gar niemanden gerade hier mit angreifen möchte sondern dass ich selbst gedacht habe zu dieser zeit dass das die lösung sei deswegen bin ich mir auch sicher dass das gar keine böse absicht ist aber diesen weg zu gehen der hält uns halt noch viel tiefer in der erstörung gefangen weil uns das nicht mal bewusst ist an welchem punkt wir uns gerade befinden und wenn wir uns das ganze angucken und dann täglich damit bei social media konfrontiert sind und täglich die videos sehen ja wie sie das alles präsentieren und so viele frauen sich dann da beispiele dran nehmen und versuchen dem ganzen nachzueifern dann wissen sie natürlich in dem moment nicht dass dadurch noch mehr frauen ganz tief in die essstörungen rutschen und dort dann gar nicht mehr rausfinden weil die fitnessindustrie hängt dann natürlich direkt mit dran weil die suggeriert natürlich dass der fitness lifestyle und die ganzen künstlichen produkte eben die der schlüssel sind ja zu dem perfekten körper zu diesem glücklichen leben so dass du dich so endlich wohl und gut fühlen kannst ja von den protein regeln über diese diet shakes bis zu den ganzen trainingsprogramm die es gibt ja es hier fließt unmengen an geld um eigentlich ein ideal bild nachzueifern um keine ahnung die fünf kilo abzunehmen oder die fressattacken oder ähnliches loszuwerden und natürlich das ganze klingt wenn man sich mitten in diesem kreislauf befindet der fressattacken und so weiter erst mal verlocken weil wenn man schon ganz lange gegen seinen körper kämpft und das gefühl hat sein essverhalten einfach nicht in den griff zu kriegen dann sucht man natürlich nach halt und für mich war das auch damals total der halt weil ich dachte okay jetzt habe ich genau etwas was ich machen kann und dadurch sehe ich dann sogar noch gut aus nehme dadurch noch ab oder forme meinen körper dadurch natürlich sieht das erst mal verlockend aus und natürlich möchte wollte ich und möchten eben auch all die frauen die häufig in diesen fitness lifestyle reinrutschen auch ihre fressattacken wegbekommen ja den ständigen essenstrang wegbekommen und natürlich wir wollen uns alle gut in unserem körper fühlen und so ging es mir natürlich auch damals aber ist das nicht der weg um uns wirklich wohl und gut in unserem körper fühlen zu können weil es etwas komplett anderes ist als das was uns wahre zufriedenheit gibt und wirklich verbundenheit mit unserem körper und stattdessen also anstatt dass ich damals das gefühl hatte okay jetzt fange ich an mich richtig gut und wohl in mir zu fühlen es fühlt sich leicht an ich fühle mich verbunden zu meinem körper habe ich viel mehr versucht alles unter kontrolle zu kriegen und habe so viel druck in mir gehabt und dachte so okay ich muss ja jetzt gehalten und ich darf ja jetzt auch gar keine gar nicht mehr sozusagen aus diesen plänen heraus gehen und jetzt abseits von den plänen was essen oder dinge essen die da nicht reingehören weil dann spreng ich ja wieder meine meine pläne und kann meine ziele nicht erreichen ja und das ganze ist ein kampf 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 und ist ganz abseits von heilung und jetzt kommen wir zu dem punkt warum der fitness lifestyle alles andere als die lösung ist ja ich spreche aus eigener erfahrung der fitness lifestyle und die ganzen künstlichen ersatzprodukte und das zwanghafte kalorien zählen oder auch die zwanghafte kontrolle die haben eben nichts mit einer tiefgehenden heilung der erstörung zu tun weil um diese wirklich zu überwinden da müssen da dürfen und müssen wir an die grundlegenden ursachen gehen wir müssen dürfen uns damit beschäftigen und uns die frage stellen warum ist es dazu überhaupt gekommen dass ich heute dieses gestärkte essverhalten habe ja warum habe ich diesen essenstrang warum habe ich diese fressattacken und das ist eine tiefe arbeit das ist eine tiefe ursprungsarbeit und bedarf etwas ganz ganz anderes als jetzt hinzugehen und pläne aufzubauen kontrolle aufzubauen etc ja und natürlich hier wird über einen ganz anderen weg versucht diesen ständigen essenstrang und den heißhunger wegzubekommen ja das heißt das eigentliche problem wird verlagert oder eben anders kompensiert und dann wird eine neue form der kontrolle aufgebaut ja und auch gleichermaßen eine neue form der ablenkung über die eigentlichen probleme ja und obwohl die person im fitness lifestyle ein ähnliches ziel verfolgt eigentlich wie eine person beispielsweise die magersüchtig ist wird diese person in unserer gesellschaft also die die jeden tag trainiert die total diszipliniert ist als sehr stark und ehrgeizig angesehen ja und die bekommen ganz häufig ganz viel bewunderung und ganz viel anerkennung für eben ihre disziplin aber schau mal um das jetzt nochmal richtig klar zu verdeutlichen da ist die person die trackt alles die kontrolliert alles die steckt mitten im fitness lifestyle ihr ganzer tag dreht sich um das thema essen um das thema körper sie macht und tut blendet teilweise so ging es mir vieles um sich herum aus ist total fanatisch ja vernachlässigt freundschaften übergeht ihre eigentlichen bedürfnisse die eigentlichen bedürfnisse ihres körpers um ein ziel zu erreichen um diesen perfekten körper zu haben in ihren augen ja was macht eine person die magersüchtig ist die macht eigentlich genau das gleiche nur mit einer anderen maske ja das heißt hier sehen wir das sind beides formen der essstörung es hat nichts mit einem natürlichen essverhalten zu tun mit einem gesunden essverhalten aber wie gesagt die eine seite bekommt anerkennung und es wird sogar geschätzt in unserer gesellschaft und die andere person wird als schwach angesehen und natürlich dadurch dass eben ein ganz tiefer punkt oder wunderpunkt auch in uns liegt der denkt nicht gut genug zu sein weswegen wir auch überhaupt immer versuchen unseren körper zu perfektionieren und besser und besser und besser zu werden wenn wir dann noch anerkennung und bewunderung bekommen dann stecken wir ganz häufig noch fester ja in diesen strukturen und in diesen programmen die wir hier aufbauen und das ist eben super gefährlich ja das heißt jemand der jetzt zum beispiel an fressanfällen leidet und dadurch jetzt auch noch zugenommen hat der sieht das natürlich ja er sieht in dem moment okay ich habe ein thema ganz häufig weiß die person leider auch nicht wirklich was los ist warum sie das hat aber sie sieht zumindest an dieser stelle okay etwas stimmt mit meinem essverhalten irgendwas ist los hier darf sich etwas verändern ja und auf der anderen seite wie gesagt die person die sich mitten im kontrollwahn befindet die sieht das ja gar nicht und das ist das gefährliche ja und wir verstehen meistens nicht dass eben dahinter das gleiche problem liegt das gleiche thema liegt sondern ja das ist sich einfach um einen anderen ausdruck handelt und das ist ja auch total verständlich weil wie gesagt die person nennen sie nennen wir sie mal maria maria ist in die essstörung gefallen hat bulimie aufgebaut oder war in der magersucht das ganze hat ja einen ursprung es gibt einen grund warum sie in die bulimie gerutscht ist warum sie in die magersucht gerutscht ist das sind emotionale unterbewusste themen und jetzt geht sie weiter und geht jetzt in den nächsten schritt der fitness sucht und natürlich ist das thema dadurch nicht weg ist ja total klar aber sie sieht es nicht mehr wie gesagt und das ist das super super gefährlich und deswegen ist teilweise diese fitness 10 noch gefährlicher als andere formen der erstörung weil es uns da bewusster ist dass wir hier uns in keinem erstrebenswerten ja mit keinem erstrebenswerten ziel in kontakt sind so und deswegen ganz ganz wichtig dass wir hier bewusstsein für erlangen ja und ich bin definitiv ohne es zu merken von eben der einen abhängigkeit in die nächste gerutscht ja ich habe konnte mir immer noch kein gesundes und normales essverhalten aufbauen ich habe immer noch krankhaft jedes gramm nahrungsmittel abgewogen und manchmal sechs manchmal sogar sieben mal die woche im fitnessstudio trainiert ja perfektion und kontrolle das war so meine tagesordnung das hat mein leben dominiert und die ganze zeit hat sich mein tag um sport und ernährung gedreht ja und auch hier wie auch in anderen phasen meiner erstörung habe ich komplett den blick für meinen körper verloren und auch das dürfen wir uns bewusst machen man in in allen formen der erstörung nehmen wir einmal noch mal die magersüchtige man verliert den blick für den eigenen körper wie man wirklich aussieht das passiert auch beim fitness lifestyle die person die magersüchtig ist wird nicht über diesen weg den tag erreichen wo sie denkt so oh jetzt bin ich super happy mit mir ja jetzt bin ich super zufrieden mit mir das wird auch nicht die person tun die in dem fitness wahn fällt ja ich stand auf der bühne als bikini athletin immer noch gedacht und gesagt okay damit bin ich aber nicht happy beim nächsten mal muss das besser werden weil wir komplett den blick für unseren körper verlieren deswegen hier sehen wir es wenn wir diese zwei personas direkt nebeneinander stellen würden dann würden wir komplett erkennen okay sie haben das gleiche thema sieht ist es nur ein bisschen eine andere maske ja und bei mir war es auch so egal wie trainiert ich war mein fokus lag bei meinen defiziten ja und das ist bei der einen erstörung so bei der anderen erstörung so ja egal wie sehr ich gekämpft habe das gefühl des unwohlseins das ist immer geblieben und so geht es den meisten die sich eben in dieser szene befinden ja es geht immer noch besser immer noch besser immer noch mehr ja und ich habe selbst erlebt und selbst beobachtet ja wie auch sehr bekannte leute aus der szene ganz viel angst und druck in sich tragen und eben diesen ursprung des mangelnden selbstwertgefühls in sich tragen ja wenn du einmal die augen dafür öffnest und du beobachtest wirklich dann personen auch öffentliche personen ja und blickst hinter diese maske dann siehst du okay das steckt da eigentlich hinter ja und das ist ganz 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 wichtig dass wir das erkennen was ist eine form der essstörung warum warum ist hat diese person diesen starken drang und zwang sich so ausdrücken zu müssen ja und hier ist eine ganz ganz wichtige frage die wir uns stellen dürfen und damit kommen wir zum zweiten punkt was passiert wenn beispielsweise die ganzen künstlichen ersatzprodukte ja die süßstoffe oder auch der sport wenn das wegfallen würde stell dir vor das bricht jetzt einfach weg aus welchem grund auch immer ja und hier ist es auch super spannend zu wissen dass 95% ja also der meiste anteil der größte anteil natürlich der anteil an diäten scheitern ja so 95% 95% der menschen die eine diät machen haben nach wenigen monaten wieder ihr ursprungsgewicht zurück ja manchmal sogar auch mehr und das kann man sogar bei einigen sehr bekannten fitnessinfluenzern beobachten ja sie nehmen zu und viele fallen dann eben wieder zurück in alte muster ja die sie sind von anderen essstörungen in die fitnesssucht gerutscht und versuchen dann die kontrolle hier zurück zurück zu bekommen fallen dann irgendwann wieder zurück in alte muster und versuchen dann irgendwie wieder die kontrolle zurückzukriegen ja das kann man ganz ganz häufig beobachten wenn wir wie gesagt hinter die fassade blicken wenn wir unsere augen dafür öffnen und da sehen wir sehr sehr schön auch nochmal dass wenn wir all das wegnehmen würden dass die essstörung wie einfach wieder sehr offensichtlich werden würde die nie weg war die nie weg war die nur verdeckt war ja und das zeigt der der die bewältigung des themas auch des essensdrangs der ist nie weg gewesen sondern wurde eben anders erst mal gefüttert ja und nochmal einmal um zurück auf meine zu meiner geschichte zu kommen mein körper hat irgendwann total rebelliert ja ich habe auch einen reizdarm teilweise bekommen oder eine zeitlang bekommen meine stoffwechselprozesse sind total aus dem gleichgewicht geraten ja all das hat dazu geführt dass ich nach diesem wettkampf meine figur nicht mehr aufrechterhalten konnte ja das heißt mein selbstwert war ja komplett daran gekoppelt und als ich das nicht mehr halten konnte weil mein körper irgendwann auch einfach gestreikt hat ist mein selbstwertgefühl einfach wieder total in den keller gesunken ja da mein wert eben damals von meinem aussehen und von meinem körper abhängt ja und da hätte man mich zu dieser zeit gefragt ob ich mich jetzt wohler in meinem körper fühle als ich mitten in dem fitness waren war hätte ich auch gesagt ja natürlich ich fühle mich jetzt viel selbstbewusster ich bin jetzt ich fühle mich besser als früher ja aber nur weil es gerade künstlich überdeckt ist ja weil wir natürlich auch etwas optisches dadurch erreichen aber unser das hat nichts mit wahrem selbstwert zu tun und wie gesagt stell dir mal die frage wenn man dir das alles wegnimmt ob dann wirklich dein selbstwertgefühl noch da ist und für mich war es wirklich eine katastrophe also ich hatte wirklich das gefühl versagt zu haben ja dass ich das alles was ich mir so mühselig aufgebaut habe jetzt alles verloren habe hatte ja dass ich undiszipliniert sei das warum ich es nicht schaffe so aufrecht zu halten wie andere und so weiter und kurze zeit später ist ja so spannend sind eben meine fressanfälle wieder sehr sehr stark zurückgekommen ja und die waren übrigens auch während der zeit nie komplett weg der essenstrang war immer noch da ich habe nur versucht ihn über ganz viel druck und kontrolle und ersatzprodukte und so weiter irgendwie in den griff zu kriegen und ich weiß dass es bei vielen so ist auf jeden fall danach wurden eben meine fressattacken immer wieder sehr 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 stark und dann habe ich wieder zugenommen und der ganze kreislauf ging wieder von vorne los ja also was ich damit sagen will der sport und die bewunderung für meinen körper haben mir kurzzeitig halt gegeben ja aber sobald man das irgendwie nicht mehr aufrechterhalten kann dann bricht eben dieser künstliche halt denn hier ein echter der nie eine echte stärke in einem selbst war weg dieser künstliche halt bricht weg und man ist dann wieder mit dem gefühl konfrontiert nicht genug zu sein und plötzlich tauchen dann all diese gefühle auf die man vielleicht dann jahrelang verdrängt hat gefühle die ihren ursprung eben oft in traumata und alten verletzungen haben und da wir nie gelernt haben wie wir wirklich mit diesen gefühlen umgehen ja wie wir sie aufarbeiten wie sie heilen suchen wir dann eben etwas was uns wieder von ihnen ablenkt und damit beschäftigen wir uns dann mit einer neuen situation und lenken uns die ganze zeit von dem alten ab und genau das passiert bei den menschen die beginnen jeden tag ins fitnessstudio zu gehen die sich genau an den plan halten ja um beispielsweise das six pack zu bekommen plötzlich dreht sich alles um das thema training alles um ernährung andere probleme rücken natürlich dadurch in den hintergrund ja das thema bekommt starken fokuspunkt und sie wollen immer mehr ja immer mehr das training wird zu dieser sucht ja und eine abweichende ernährung wie gesagt führt zu einem sehr stark schlechten gewissen und ja für manche ist es eben der sport der diese ablenkung bietet für andere eben dauerhafte beschäftigung mit social media diäten zwanghafter kontrolle aber es kann natürlich auch in andere richtungen gehen alkohol drogen und so weiter aber es ist wichtig einfach zu verstehen dass die tiefe aufarbeitung unserer gefühle und verletzungen die dahinter liegen das ist das entscheidende weil sonst bleiben wir eben in abhängigkeiten hängen und das hat nichts mit echtem selbstwert zu tun mit selbstermächtigung mit freiheit mit frieden in einem ja und das ist das verrückte wir können über diesen weg überhaupt nicht den punkt erreichen den wir uns so ersehen ja zufrieden zu sein und genau kommen wir zum dritten punkt und auch das ist einfach wichtig und spannend dass wir uns das mal immer bewusst machen was meinst du wie viel umsatz die fitnessindustrie in einem jahr durch den verkauf ihrer produkte macht ja also ich muss ganz ehrlich sagen mich hat diese zahl echt schockiert weil alleine in deutschland sind es in etwa fünf milliarden euro in europa 93 milliarden euro umsatz ja also interessanterweise sehen wir okay das ist eine unfassbar große menge an geld die wirklich dieser fitnessindustrie gehört ja der diätindustrie und interessanterweise nimmt die fitnessindustrie immer mehr geld ein also sie wächst immer weiter aber wir werden im durchschnitt nicht leichter ja also das heißt die fitnessindustrie macht milliarden von umsatz auf kosten aber unseres selbstwertgefühls was aber niemals gehalten werden kann und so werden wir zu süchtigen und brauchen immer mehr immer mehr das heißt uns wird dieses scheinbar perfekte idealbild von schönheit und fitness präsentiert das in ganz vielen fällen einfach auch total unrealistisch ist ja durch natürlich auch gezielte marketing strategien werden wir dazu geleitet unsere vermeintlichen defizite zu sehen ja uns selbst kritisch zu beobachten kritisch zu betrachten und dann wird ganz häufig diese botschaft vermittelt von du bist nicht genug wie du bist aber wir haben eine lösung für dich so und das kann eben dann dazu führen dass so viele sich heute minderwertig fühlen und glauben dass sie durch den kauf von fitnessprodukten programmen mitgliedschaften spezielle diäten und so weiter ihre selbstachtung steigern können ja weil wie gesagt dieses thema selbstwert das sitzt eh schon in uns weil wir nie gelernt haben das aufzuarbeiten so und jetzt sehen wir überall hier ist die abnimmchallenge da die eine person hat am schnellsten abgenommen hier die bekommt dafür einen großen preis ja die fitnessindustrie profitiert damit von eben deiner unsicherheit deinem eigentlich fehlenden selbstwertgefühl und dann eben dem wunsch nach veränderung und sie verspricht dir die ganze zeit schnelle erfolge dem perfekten körper ja dass du dich endlich gut fühlst das aber eben zu einem sehr hohen preis ja nicht nur finanziell sondern vor allen dingen emotional weil du hungerst emotional aus ja das heißt wir setzen uns selbst so unter druck um den vermeintlichen standards hier gerecht zu werden und vergessen dabei dass unser selbstwertgefühl gar nicht von äußeren faktoren abhängig sein kann wir können nicht über äußere faktoren unser selbstwertgefühl heilen ja deswegen ist die frage was würde mit der fitnessindustrie passieren wenn wir alle unseren wert kennen würden womit würden sie dann ihr geld verdienen wenn wir all diese produkte nicht mehr bräuchten ja weil der essenstrang nicht da ist weil du ein natürliches verhältnis zum essen hast zu deinem körper weil das dein ursprung ist weil das unser aller ursprung ist bevor all das passiert ist was uns dahin geführt hat dass dieser essenstrang heute da ist ja du bist nicht auf die welt gekommen mit einem essenstrang ja das heißt es gibt gründe warum der heute da ist ja und wenn das alles nicht mehr da wäre ja dann dann würde natürlich diese ganze industrie kein geld mehr verdienen ja und das zeigt natürlich auch ganz klar welche absichten hier verfolgt werden ja weil das in dem oder das wirtschaftliche interesse ist natürlich dass wir konsumenten bleiben ja und würden wir aber in verbindung sein mit unserem körper bräuchten wir das alles nicht mehr ja und deswegen ist mir an dieser stelle einfach nochmal wichtig zu sagen eine gesunde ernährung ausreichend bewegung ein gepflegtes äußeres ja das darf uns wichtig sein natürlich ja aber wenn wir uns selbst wertschätzen jedoch sollten wir dinge nicht in den mittelpunkt unseres lebens stellen ja diese diese dinge dürfen uns nicht das gefühl geben so nur wertvoll zu sein sobald es sobald du spürst dass du ein schlechtes gewissen bekommst wenn du hier etwas nicht tust sobald du merkst boah ich bin irgendwie besessen hier eine gewisse optik zu erreichen ja egal ob es gerade ist dass du weiter abnehmen willst oder du willst das sixpack bekommen es ist immer ein zeichen dass aber eigentlich in deinem selbstwert gerade etwas nicht stimmt und wie gesagt das heißt nicht dass das keine punkte sind die teil deines lebens sein dürfen aber sie brauchen ein neues fundament ja das eben wenn du nicht anfängst zu kompensieren und falls du dich hier wieder erkennst und gerade diese ziele versuchst zu erreichen dann überleg dir wirklich ob das wirklich dein ziel ist ja ich verstehe dass du denkst dass du das brauchst und ich möchte dir an dieser stelle mit meinem ganzen herzen sagen dass es andere möglichkeiten gibt möglichkeiten die dich zurück in frieden bringen und nicht in einem druck und kampfgefühl mit dir selbst ja und wie gesagt ich weiß dass es vielleicht schwer zu greifen ist wie das funktionieren soll und mir ging es natürlich auch so ich dachte auch nur dieser weg funktioniert ja ich war wirklich überzeugt von all dem ja weil ich eben diese das gefühl noch gar nicht kannte was es bedeutet wirklich diesen weg des kampfes zu verlassen und zu verstehen okay momentan habe ich alles aufgebaut auf einem fundament von fehlendem selbstwert und wenn ich das aber für mich anfange neu zu kreieren neu aufzubauen kann ich auch einen neuen Weg für mich wählen und ich möchte an dieser stelle einfach auch nochmal sagen dass ich weil ich Teil dieser Szene war sehr viele sehr bekannte Fitness Influencer kenne und auch weiß wie es bei vielen in ihrem Inneren aussieht ja weil es gibt Gründe dafür dass dieser 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 Druck da ist diesem Bild zu entsprechen und dementsprechend möchte ich dich einfach von Herzen an dieser Stelle dazu aufrufen aufzuhören etwas nachzueifern das dich nicht wirklich befreit das dich nicht wirklich glücklich macht und deswegen ich versichere dir wirklich aus tiefstem Herzen dass es andere Wege gibt es gibt andere Lösungen die dir wirklich deine Freiheit und Leichtigkeit zurückgeben können ja und das ist eben ein Weg der auf Selbstliebe Akzeptanz und einem natürlichen intuitiven Essverhalten aufgebaut ist und dann musst du dir auch gar keine Sorgen über Zunehmen machen oder wie du abnehmen kannst oder sonst was weil das passiert natürlich wenn du verstehst was es bedeutet dich von den eigentlichen Gründen zu lösen die dafür sorgen dass du momentan dieses Essen brauchst ja wie gesagt über all diese Aspekte werden wir richtig tief in Emotion Food sprechen da werden wir all diese Punkte aufbrechen ja was es bedeutet warum du dich gerade dort befindest und wie wir einen neuen Weg gestalten können wie du wieder eine echte Verbindung zu dir aufbauen kannst warum momentan überhaupt dieser Drang nach Essen da ist und so weiter ja und das ist für uns alle möglich ja das ist für uns alle möglich stehe ich mit allem was ich habe für einen ja und du hast es bestimmt auch schon gesehen das sage nicht nur ich sondern deswegen lade ich so viele Frauen immer hier auch in den Podcast ein die teilweise über Jahrzehnte eben im Kampf waren ja mittlerweile ich habe mit bereits über 6000 Frauen zusammengearbeitet die eben auch das nicht mehr geglaubt haben weil sie auch über Jahrzehnte in der Fitnessindustrie hängen oder in der Diätindustrie irgendwelche ständigen Diäten gemacht haben Julia Effekte und so weiter hatten ja und wir können einen neuen Weg finden aber der ist genau das Gegenteil von Druck Disziplin und Kontrolle und wie gesagt deswegen nochmal eine riesengroße Herzenseinladung zu Emotion Food wie gesagt komplett kostenfrei ich packe dir den Link in die Shownotes und dann lass uns mal richtig an die Sache rangehen so dass wir nicht mehr Sklavinnen von irgendwelchen Industrien sind die uns dafür nutzen damit wir eben konsumieren sondern finde zurück in deine Selbstermächtigung wirklich in Verbindung mit deinem Körper mit deiner Intuition und dann kannst du wieder selbst bestimmen was du brauchst was du wirklich willst und das auf der körperlichen Ebene wird sich dadurch automatisch mit verändern weil wie gesagt ist der Essenstrang nicht mehr da verändert sich das ganz automatisch und deswegen ja lass uns zurück in unsere Selbstermächtigung kommen den Link zu Emotion Food findest du in den Shownotes und ja ich hoffe dass ich dir mit dieser Folge einen neuen Blick auf das Thema der Fitnessindustrie geben konnte und dir vielleicht nochmal aufzeigen konnte dass es einen alternativen Weg gibt und dass du aufhören darfst zu kämpfen und dass viele Dinge so wie sie im ersten Moment erscheinen nicht der Wahrheit entsprechen und dass diese Ziele nicht erstrebenswert sind und ja wie gesagt ich freue mich sehr sehr über deine Gedanken dazu dein Feedback schreib mir gerne was du aus dieser Folge mitnehmen konntest und jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz ganz tollen Sonntag vielen vielen Dank fürs Zuhören und ich schicke dir ganz viel Liebe und ich schicke dir